Diese Frau hier, diese Tina Ruhland hier. Vielleicht kennt ihr die von früher, von Manta Manta und so. Hier, bester Satz. Es ist schwierig, Männer zu finden, die wirklich erwachsen sind. Und darunter mache ich es nicht mehr. Ich habe auch keinen Bock auf Männer, die in einer Beziehung sind oder mit sich selbst nicht im Reinen. Von diesen Loser-Typen habe ich die Schnauze voll. Das ist diese junge Dame hier. Hier, das ist sie. Sie sagt, sie hat keinen Bock. Also, übersetzt bedeutet das, ihr wisst alle, was das heißt. Ich habe keinen Bock mehr auf Männer. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Loser-Typen, mit denen sie alle übrigens geschlafen hat. Also, so Loser-Typen scheinen es wohl nicht gewesen zu sein, sondern es waren eher Macher-Typen. Denn, nochmal, eine Frau sortiert ganz genau aus, mit wem sie sich beschäftigt und erst recht, mit wem sie schläft. Also, kann es kein Loser gewesen sein, wenn du mit ihm in die Kiste gehüpftest, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. Er war ein Macher, sozusagen. Er war ein Alpha, ein Gigachat, ein qualitativer Mann. Aber trotzdem, sie sitzt dann da und beleidigt dann diese ganzen Typen, die sich nicht weiterhin mit ihr auseinandersetzen wollten. Spielt auch keine Rolle, warum. Ist auch irrelevant. Aber, ne, all diese Typen sind nicht erwachsen. Ne, also all diese, ich meine, sie ist 57, was wird sie, also sie wird wahrscheinlich, wahrscheinlich wird sogar 60-Jährige daten. Aber die sind ja alle nicht erwachsen. Sie sind ja als Loser-Typen. Ne, weil sie keinen Bock auf sie haben. Okay, dann sind es Loser-Typen. Dann sind es nicht erwachsene Männer. Es ändert aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass du niemanden finden wirst. Das Problem geht ja nicht davon weg. Das Problem bleibt weiterhin erhalten. Und vor allem, diese Loser-Männer, die ziehen weiter und holen sich das, was sie wollen. Und die sind glücklich damit. Du bist ja diejenige, die am Ende unzufrieden bleibt. Du bist diejenige, die nicht das bekommt, was sie gerne hätten. Hätte. Also diese ganzen nicht-maskulinen, nicht-selbstbewussten, unsicheren, nicht-erwachsenen Männer- oder Loser-Typen, egal wie sie genannt werden, die ziehen weiter und holen sich das, was sie wollen. Du bleibst ja alleine mit deinem Problem. Also es ändert nichts an der Grundproblematik, dass du keinen Anschluss findest. Egal, ob es jetzt diese 57-Jährige ist, die generell sagt, alles irgendwie, ne? Keiner weiß, was er möchte. Ist Bullshit. Dich wollen sie nicht haben. Das ist das, was sie auf jeden Fall wissen und was sie dir damit zeigen. Oder ob es diese andere ist, die sagt, ich bin eine Arzttochter und ich bin eine tolle Persönlichkeit, aber die Männer haben ein Problem mit meinem Bodycount. Ja, okay. Und weiter? Die Männer ziehen weiter und holen sich irgendwann eine Frau, die keinen hohen Bodycount hat. Du bist diejenige, die alleine bleibt. Und es macht nicht das Problem besser oder das Problem weg, wenn du dich hinhockst und dich über die anderen beschwerst. Also sprich, wenn du am Ende diese weinende Frau bist, die wir gerade eben gesehen haben, die sich darüber beschwert, dass kein Typ bleiben will und so weiter und so fort und absolut unglücklich ist über ihr Datingleben. Das geht nicht weg. Du bist immer noch die weinende Frau, die alleine bleibt. Am Ende des Tages vielleicht sogar noch mit ihren Katzen, wo sie alle drüber lustig machen immer. Der Meme wird zu deinem Leben. Es ist unvermeidbar. Mit dieser Einstellung zumindest. Ja, ja, alle Männer sind scheiße, alle Männer sind Schweine, alle Männer manipulieren nur, die meisten sind kindisch, unsicher, keine richtigen Typen, die wollen keine richtigen Beziehungen, die wollen nicht darum kämpfen, bla 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 bla. Okay, okay, okay. So, und weiter? Es scheint ja ein Problem für dich zu sein. Und zwar so ein Problem, dass du rausgehst und dich darüber beschwerst und Videos drehst, als Beispiel. Wenn du als Frau sagen könntest, ist mir egal, juckt mich nicht. Dann bleibe ich halt alleine. Wenn sie ein Problem mit meinem Bodycount haben, ist mir doch egal. Date ich einfach so weiter, hab meinen Spaß, interessiert mich nicht. Sollen die halt, juckt mich halt nicht am Ende. Geht aber nicht. Weil da halt viel mehr dahinter steckt. Weil du von denen etwas haben möchtest. Weil es dir wichtig ist, das zu bekommen. Weil es keine Möglichkeit gibt, dafür einen Ersatz zu bekommen. Wie zum Beispiel als Mann, Gummipuppen und Pornos, mit denen du dich da so befriedigen kannst, sozusagen. Langfristig oder sogar für immer. Um ruhig gestellt zu werden. Das bringt dir nichts als Frau. Kurzweilige Glückshormone, die vielleicht dich in der Illusion lassen, dass du einen Mann nicht brauchst. Aber irgendwann vergeht wieder dieser Pseudo-Gedanke, den du dir eingeredet hast. Und dann wirst du wieder mit der Realität konfrontiert. Und damit hast du ja ein Problem. Und kannst nicht sagen, ja, das ist ein Problem der anderen, interessiert mich nicht. Sonst würdest du rausgehen und dich nicht darüber beschweren. Oder kein so großes Fass aufmachen. Und deswegen ist es und bleibt es am Ende für Frauen sehr, sehr, sehr problematisch, wie sich halt das Blatt gewendet hat. Zumindest was das Dating angeht. Und sie quasi eine Büchse der Pandora geöffnet haben, die halt am Ende für sie nicht gut ausgehen wird. Wenn sie da halt nicht teilweise schnellstmöglich die Kurve kriegen. Was nicht unbedingt heißt, dass sie schnellstmöglich, also noch wenn sie jung sind, etc. da in eine Beziehung reinkommen und richtige Entscheidungen treffen. Was sowieso kaum noch möglich sein wird heutzutage. Für die meisten zumindest. Sondern es geht ja auch darum, Ansprüche anzupassen, realistisch zu sein, sich mit etwas zufrieden geben, was vielleicht vor ein paar Jahren nicht möglich wäre und so weiter und so fort. Aber schwierig für das bindende Geschlecht. Was irgendwo seinen Wert auch darüber definiert, ob es einen Mann an seiner Seite hat und was für einen Mann es an seiner Seite hat. Und deswegen ist es auch so problematisch, wenn du mit der Realität konfrontiert wirst, dass dein Body Count, also etwas, auf was du keinen Einfluss hast, was du nicht wegmachen kannst, dass dein Body Count dir genau das für immer und ewig in diesem Leben kaputt machen wird. Und das tut halt weh, wenn du halt mit dieser Wahrheit konfrontiert wirst.